Musik Radio Romp Die ersten 8 Schritte Den rechten Fuß nach vorn kicken, etwas zur Seite kicken und ein Coaster Step mit rechts Den rechten Fuß nach hinten, den linken ran und den rechten Fuß nach vorn Jetzt kicken wir den linken nach vorn, etwas zur Seite und ein Coaster Step mit links Links nach hinten, rechts ran und linken Fuß nach vorn Diese 8 Schritte noch einmal, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 Die nächsten 8 Schritte Ein Chassis mit einer Viertelrechtsdrehung Den rechten Fuß zur Seite, den linken Fuß ran Jetzt machen wir die Viertelrechtsdrehung Den rechten Fuß nach vorn Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn und machen eine halbe Rechtsdrehung Ein Chassis vorwärts mit links Links vor, rechts ran, links vor Jetzt nehmen wir den rechten Fuß und kreuzen ihn weit über den linken Und machen eine 3 Viertelrechtsdrehung links rum So dass wir bei 12 Uhr wieder rauskommen Diese 8 Schritte noch einmal 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Die rechte Fußspitze nach vorn An den linken Fuß wieder ran und gleich die linke Fußspitze absetzen Den linken Fuß an den rechten ran und noch einmal die rechte Ferse vorn aufsetzen Jetzt machen wir ein Hook, indem wir den rechten Fuß vor den linken kreuzen Setzen wieder die Ferse ab und an den rechten Fuß wieder ran Das gleiche machen wir jetzt mit links Linke Ferse vor, rechts ran, rechte Ferse vor, rechts ran Linke Ferse vor, kreuzen und die linke Ferse wieder absetzen Das Ganze noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 Ich zeige es noch einmal 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 Und alles von vorn 1, 2 und 3 und 4 5, 6, 7 und 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 Die nächsten 8 Schritte Ein Grittwein nach links mit einer vierten Linksdrehung Wir setzen den linken Fuß ab, kreuzen den rechten Fuß dahinter Machen eine vierte Linksdrehung, setzen den linken Fuß nach vorn und den rechten Fuß daneben Jetzt drehen wir unsere Fersen nach rechts und die Fußspitzen nach rechts und die Fersen wieder zur Mitte und zweimal klatschen Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 Und jetzt beginnt der Tank wieder von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8